Signalunterscheidung an einem Spielzeug, also in dem Fall nur ein Dummy, für Papa nur, also ein Ball, der Schlimmer, ist natürlich gar nicht so einfach, weil der anders belegt ist normalerweise. Aus sind. Das heißt, die einzelnen anderen Signale aus sind, sollten auch schon wertvoll sein. Und die kreisen, so, super gut. Stehen, hoch, weg, zurück, runter, super, komm her, show, wir müssen Hörpuppe runter, show, du machst mal Platzordnen, sehr gut. Brauchen Sie jetzt einen Diener, der macht keine Ahnung, show? Jawohl, der war richtig gut, klasse, maus. Show ist bei mir die Anzeige verhalten, also dieses geordnet Anzeigen. Sehr gute Maus, klasse, super gemacht.